Hallo Leute und willkommen zurück zu Android. Ja, was wir dieses Mal machen ist so ein kleines hübsches Dialogfenster, wenn das halt kommt, wenn wir irgendwas klicken. Und zwar genau auf diesen Button hier, der ClickMe heißt. Der hat auch eine OnClick-Methode und in der arbeiten wir jetzt. Und ja, ihr seht, wir sind mit dem Basic-Stuff eigentlich durch. Jetzt kommen immer nur noch so kleine Add-ons, die ihr für eure App wahrscheinlich braucht. Und ja, ich hoffe, ich kann euch da ein bisschen behilflich sein. Alles klar. Gut, wir haben hier in unserer OnClick-Methode die Möglichkeit, einfach einen Alert-Dialog aufzurufen. Und dieser Alert-Dialog ist genau der, den wir erstellen möchten. So, und da brauchen wir einfach einen Builder. Das ist innerhalb dieser Alert-Dialog-Klasse. Und ja, wir sagen hier, wir erstellen uns einen Builder. Der erstellt uns quasi, also für uns diesen Alert-Dialog. So, und jetzt sagen wir hier Builder, genau. Also wenn ich A eingebe, dann wird mir automatisch der Builder aus Alert-Dialog vorgeschlagen, weil die Typen hier übereinstimmen. Ist ziemlich geil. Also ich muss schon sagen, Hammer. Das gefällt mir voll. Das macht das Programmieren echt angenehm. So, jetzt wollen wir hier vielleicht den Titel von dem ganzen Dings-Upsalder setzen. Ja, sagen wir hier einfach Set-Title. Und hier kommt dann zum Beispiel rein, ganze Menschheit auslöschen, Fragezeichen. Und wir sagen, okay, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir löschen die ganze Menschheit aus, also Set-Positive-Button, oder wir löschen sie nicht aus. Das wäre dann der Set-Negative-Button, da komme ich gleich drauf. Und hier sagen wir, was soll denn da draufstehen? Naja, wir wären es mit einem Ja-Alles-Töten. Und hinten dran brauchen wir natürlich noch den Listener dafür, der die ganze Menschheit für uns auslöscht, wenn wir diesen Button drücken. Also brauchen wir einen New On-Click-Listener, also einfach STRG-Lehrtaste drücken. Upsala, was hat sich denn da aufgemacht? Das war nicht so geplant. On-Click-Listener, wenn ich STRG-Lehrtaste drücke, wird mir das vorgeschlagen. Und wenn ich Enter drücke, wird alles für mich schon geschrieben, was ich hier brauche. Hier hinterfällt allerdings noch das Semikolon. So, in der On-Click-Methode, wie wir es gewohnt sind, wird jetzt wieder ein Toast ausgegeben, nämlich ein Make-Text. Kontext ist natürlich this. Und dann haben wir die Nachricht, die ausgegeben wird. Kill everything. Ah, kill everybody. Ich glaube, das ist ein Song-Text von irgendjemandem. Ich weiß zwar gerade nicht von dem, aber... Yay. Okay, und hinten dran haben wir noch die Länge, also wie lange der Toast tatsächlich dann auch zu sehen ist. Lange natürlich, denn wir wollen ja alle auslöschen, nicht nur ein paar. Gut. Bonds-Builder.set Negative-Button ist natürlich, was passiert, wenn man Abbrechen drückt. Nein, ich will leben. Weil man würde sich ja dann auch selbst töten, wenn man die ganze Menschheit austauscht. So. Und hier machen wir wieder ein... Ah, ich bin mal wieder drauf reingefallen. Punkt show. Ich fall jedes Mal drauf rein. Okay. Toast.make-Text. This, ähm... Du hast überlebt. So. Und Toast.length-Length-Long. So. Okay. Hier fehlt noch die Semikolon und wir sind sozusagen fast fertig. Jetzt müssen wir nur noch hier in unserem Builder auch alles setzen, sodass es passt. Äh, create erst mal. Also das Ganze muss gebaut werden, wenn es fertig ist. Und was haben wir hier für einen Fehler? Cannot-Resolve-Method. Was ist denn los mit dir? Ähm... Okay. Achso, ja, ich bin ja in der OnClick-Methode. Natürlich. Dann brauche ich erst mal die Activity. MainActivity. Ähm... This. So. Ich dachte, ich war gerade irgendwie bei der, ähm... Dass ich in der Klasse bin. Dabei bin ich ja hier in einer... Äh... In der OnClick-Methode von unserem Button. Okay. MainActivity. This. Ähm... Das ruft ungefähr das auf. Also mit MainActivity können wir wieder drauf zugreifen, was... Gerade quasi unsere Superklasse haben. Und Punkt This, ähm... Ja. Gibt uns This zurück. Also die Aktivität, die wir eigentlich brauchten. Okay. So. Hier sagen wir Punkt Create. Das kreiert den ganzen Dialog für uns. Und sagt Show. Dann wird er angezeigt. So. Und ja. Wenn wir das jetzt laufen lassen, passiert folgendes. Dann passiert überhaupt nichts. Ich hab's gerade gesehen. Denn wir haben hier... Oder ich hab... Upsala. Ich hab mal wieder die Show-Methode vergessen hier. So. Wenn ich das Ganze jetzt laufen lasse. Dann, ähm... Lande ich hier auf diesem hübschen kleinen weißen Fenster. Und wenn ich auf ClickMe komme, dann kommt hier so ein kleines Fensterchen, wo hier abgeschnitten... Ja, alles töten oder nein, ich will leben steht. Also hier ist der Negative Button und hier ist der Positive Button. Die kann man natürlich noch ein bisschen kustomisieren. Aber ich hab natürlich auch noch mehrere Tutorials zu diesem Thema vor. Denn da kann man noch einiges mit den Dialogen machen. Ja, ähm... Ich sag jetzt, ich möchte die ganze Menschheit töten. Und seht da, unsere App tötet nicht alles. Sagt einfach nur Kill Everybody. Und ja, das war's dann auch schon wieder. Gut. Also, ihr seht, so kann man einen netten kleinen Dialog kreieren. Und in den nächsten paar Videos zeige ich euch jetzt, wie man mit diesem Dialog noch ein paar weitere Sachen machen kann. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao.